würde ich zur bahn nicht ein dreiviertel stunden brauchen würde ich bestimmt öfter hinfahren bing Da ich an dem Tag mehrfach hin und her gefahren bin, versuche ich die Aufnahmen Bahnhofs gemäß zu sortieren. Die Erkrankung ist ein ganzes Bild. Die Erkrankung ist ein Bild. Die Erkrankung ist ein Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Bremse war noch fest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier musste ich wieder feststellen, dass Aufnahmen während der Fahrt fast unmöglich sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Durch die Baustelle in Lindenberg war es nicht sehr einfach hierher zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beep! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Fahrer nach Mayenbrück und Neustadt Die Fahrer nach Mayenbrück und Neustadt Vor dem drohenden Unwetter bin ich dann geflüchtet.